Meine Lieben, ich bin immer noch einigermaßen sprachlos. Trees of Memory ist nominiert für Dein Weg Award der Ergo-Versicherungsgruppe. Der erste Platz geht mit einem Preisgeld von 5000 Euro einher. Diese Summe wäre für Trees of Memory ein absoluter Segen, weil damit das gesamte Jahr durchfinanziert wäre und der Verein Mittel zur Verfügung hätte, um Angehörige von Suizidopfern besser und großflächiger ansprechen zu können. Zudem könnten auch neue Projekte geplant werden, mit denen wir Hinterbliebene oder vielleicht sogar auch suizidale Menschen unterstützen könnten. Trees of Memory hat im vergangenen Jahr so viel erreicht. Es sind zwölf Bäume gepflanzt worden. Wir konnten als Verein deutschlandweit erste Anlaufstellen und Patenschaften für Hinterbliebene anbieten und entwickeln. Teilweise konnten auch schon die ersten Hilfsangebote umgesetzt werden. Wir haben so viele Ideen und meine Vision von Trees of Memory ist noch lange nicht zu Ende, haben wir doch eben erst damit begonnen. So werden wir auch im Mai unsere erste Messe in Bremen besuchen und natürlich möchten wir auch für den Welt-Suizid-Präventionstag im September Aktionen planen. Außerdem möchte ich deutlich mehr als 1800 Kilometer in diesem Jahr laufen. Ab heute steht hinter dem Link, den ich in diesem Post mit angegeben habe, 20 Projekte, die für den Award zur Wahl stehen. Wählen werden die Internet-User. Also ihr, also du. Jeder hat drei Stimmen und darf diese auf drei Projekte verteilen. Ihr habt lediglich zehn Tage Zeit, um eure Stimme abzugeben. Mach's am besten sofort. Ab jetzt liegt es in eurer Hand. Ich bitte euch von ganzem Herzen mit Trees of Memory, gebt uns einen Schubs in die Zukunft und zeitgleich allen Beteiligten die Anerkennung, die jeder für seine großartige Arbeit verdient. Ich bin kein Star. Ich will auf gar keinen Fall hier raus. Ich will weitermachen. Ich will Menschen erreichen, Bäume pflanzen und Botschafter für das Leben sein. Bitte gib uns deine Stimme. Vielen herzlichen Dank.